In diesem Video möchte ich euch eine kleine Übersicht geben über die sieben wichtigsten Formen bzw. Definitionen von Narzissmus, wie man sie in der Literatur oder auch bei Experten und Fachleuten so findet. Das ist tatsächlich ein kleines Mammutprojekt, denn jeder Experte hat immer so eine bisschen andere Vorstellung und Definition dessen, was Narzissmus tatsächlich ist und welche Unterformen, welche verschiedenen Typen von Narzissmus es so gibt. Ja, und demnach ist natürlich auch die ganze Literatur voll von den unterschiedlichsten Begriffen und Definitionen, von denen sich manche ein bisschen ähneln, andere wiederum völlig verschieden sind. Deswegen in diesem Video dachte ich, gebe ich euch mal eine kleine Übersicht über die wirklich, wie ich finde, sieben wichtigsten und gebräuchlichsten Begriffe. Wenn ihr zu einzelnen Definitionen von Narzissmus springen wollt, schaut sehr, sehr gerne in der Videobeschreibung nach den Zeitstempeln und wer natürlich meine Ausführungen nochmal nachvollziehen möchte, der findet auch eine, immer die dazugehörige Quellenbeschreibung für die Einblendungen und zu dem, was ich hier sage, in der Videobeschreibung. Aber meine Lieben, verlieren wir keine Zeit und fangen gleich an mit den sieben wichtigsten Formen von Narzissmus. Ja, nach einer Studie von Russ und Kollegen aus dem Jahr 2008, kann man angeblich den Narzissmus einteilen in grandios malignen Narzissmus. Vulnerabel, fragilen Narzissmus und einen exhibitionistischen Typ, die ich euch natürlich jetzt ganz genau beschreiben möchte. Nummer 1, die wahrscheinlich bekannteste aller Narzissmusformen, der grandiose maligne Narziss, hat tatsächlich ein absolutes Größen-Selbst und ist wirklich davon überzeugt, der Größte und Beste zu sein. Dieser Typus ist sehr, sehr unanfällig für Kritik von außen, ist häufig sehr, sehr bösartig, ist häufig sehr, sehr rachsüchtig und manipulativ und ist ohne jegliche Skrupel oder zumindest hat er nur sehr, sehr wenige Skrupel, eventuell Konkurrenten oder Menschen, die er als Konkurrenz empfindet, die ihn, ja, vielleicht gekränkt haben nach seiner Definition, auch zu schaden, aus dem Weg zu räumen. Dieser Typus von Narzissmus, der maligne Narziss, wird beschrieben auch als eine Kombination aus narzisstischen Zügen, aggressiven Zügen, paranoiden Zügen und tatsächlich auch antisozialen Zügen. Nummer 2, der vulnerable Narziss, auch bekannt als der verdeckte Narziss, tritt für einen Narzissen sehr, sehr untypisch auf, häufig mit einer depressiven Stimmung, häufig mit einer großen Ängstlichkeit, ist teilweise auch sehr, sehr schambehaftet und vor allen Dingen im völligen Gegensatz zum malignen, graniosen Narzissen ziemlich empfänglich für Kritik von außen. Ja, der ist da ganz, ganz sensibel, wenn er von anderen irgendwie in irgendeiner Art und Weise kritisiert wird. Aufgrund dieser Charaktereigenschaften suchen diese Narzissen von, ja, ich würde mal sagen, von allen Narzissmusformen wahrscheinlich am häufigsten einen Psychotherapeuten auf. Allerdings hier natürlich auch wieder nicht wegen dem Narzissmus selbst, sondern eben wegen den ganzen, ja, Begleitsymptomen wie Depressionen, wegen Ängstlichkeit und Schamgefühlen. Nummer 3, der exhibitionistische beziehungsweise offene Narzissmus. Ja, wie man schon an der Bezeichnung hört, zeigen diese Narzissen ihren Narzissmus ganz offen nach außen, stehen sehr, sehr gerne im Mittelpunkt, demonstrieren sehr gerne, dass sie die Platzhirsche sind. Ja, und sie können sich tatsächlich in unserer Wettbewerbsgesellschaft meistens auch sehr, sehr gut positionieren, sind tatsächlich in der Lage auch Erfolge zu erzielen und sich durchzusetzen. Anderen hingegen, den Mitbewerbern, verhalten sie sich häufig sehr, sehr kühl und arrogant und zeigt allen offen, ja, wer hier der Hirsch am Platz ist. Nach einer völlig anderen Typologie, nach Gabat, werden Narzissen nicht in diese drei Formen eingeteilt, sondern wird vorgeschlagen, Narzissen in einen unbeirrten und auch dickhäutigen Typus genannt und in einen hypervirgilanten Typus, das ist der sogenannte dünnhäutige Narziss, wie er auch manchmal genannt wird, einzuteile. Und hier finden wir sehr, sehr schön aufgelistet. Das fangen wir mal an. Das ist der vierte unserer Narzissmus-Typen, der sogenannte unbeirrte, schrägstrich, dickhäutige Narzisst, der sich über die, ja, Kritik und die Reaktionen, die andere an ihm haben, überhaupt gar nicht bewusst ist. Der kriegt das gar nicht mit, ja, der hat gar keine Antennen, ist dafür überhaupt nicht empfänglich. Gleichzeitig tritt dieser Narzisst ähnlich dem graniosen Narzisst aggressiv auf, ja, ist sehr, sehr dominant, arrogant, insbesondere, gerade natürlich auch, weil er für die anderen gar nicht empfänglich ist, viel mit sich selber beschäftigt, ist sehr, sehr unbeirrt. Gleichzeitig braucht er es, wie der offene Narzisst, immer und immer wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Dem gegenüber, und da wird es auch in der Literatur so beschrieben, dass das ja zwei Entner der gleichen Wurst sind, sage ich einmal, haben wir den dünnhäutigen Narzissen, den sogenannten hypervigilanten Narzissen, der ganz im Gegensatz extreme Antennen dafür hat, was andere über ihn denken, was andere von ihm halten und sich das auch sehr, sehr zu Herzen nimmt. Dieser Narzisst hört sogar sehr genau hin, was andere ihm als Feedback geben, insbesondere natürlich über ihn selber. Dieser dünnhäutige Narzisst meidet es hingegen sogar, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, weil er dafür viel zu scheu ist, ja, der hat ja fast eine Angst davor, ist extrem gehemmt, eventuell sogar übertrieben bescheiden und neigt dazu, sich wirklich im extremen Maße kritisiert oder beschämt zu fühlen. Außerdem, und darüber habe ich sogar schon mal in einem extra Video separat gesprochen, wird Narzissmus auch noch sehr, sehr eingeteilt in den sogenannten männlichen und den weiblichen Narzissmus. Wobei man hier ganz, ganz wichtig sagen muss, dass diese männliche Form von Narzissmus tatsächlich eher bei Männern vorkommt, aber nicht nur und umgekehrt der weibliche Narzissmus nicht nur bei Frauen vorkommt, ja, aber doch tatsächlich primär. Ja, und das wären die sechste und die siebte Unterscheidung von Narzissmus, die man ganz generell häufig so macht. Ja, Nummer sechs, der männliche Narzissmus entspricht weitestgehend dem graniosen, malignen Narzissmus. Dieser Narziss ist ziemlich unabhängig davon, was andere über ihn denken und kann auch sein Größen selbst selber stabilisieren, ist eben nicht angewiesen auf die Meinung von anderen, ja, geht deswegen sogar häufig in Konkurrenz mit anderen, ja, und befriedigt sich somit in gewisser Weise selber. Ist ihm dann völlig egal, ob die anderen ihn dann für einen schlechten, miesen Typen halten oder nicht. Hauptsache, er hat Erfolg. Der arbeitet mehr oder weniger völlig autark. Ja, und der siebte Typ dem gegenüber, der weibliche Narzissmus, wiederum so in etwa das andere Ende der gleichen Wurst, ist sehr, sehr abhängig von der Meinung der anderen und kann es eben nicht schaffen, sich selber in seinem Größen selbst zu stabilisieren, sondern braucht immer wieder Lob und Rückmeldung und Aufmerksamkeit von anderen und ist deswegen eventuell sogar bereit, sich selber, ja, wie soll ich das sagen, nicht zu erniedrigen. Hauptsache, die anderen geben ihm irgendwie Lob und Anerkennung. Ja, darüber definiert sich diese Form von Narzissmus und ist dementsprechend, weil natürlich der weibliche Narzissmus auch dann natürlich droht, auseinanderzufallen, wenn er eben nicht von anderen Bestätigung und Zufuhr bekommt. Weitestgehend identisch mit dem vulnerablen Narzissmus. Ganz wichtig ist an dieser Stelle noch zu sagen, dass diese beiden Typen, der männliche und der weibliche Narzissmus, auch in eine sogenannte narzisstische Kollusion, in Form einer Paarbeziehung zum Beispiel, eingehen können. Das ist genau das, was man dann als primären Narzissmus und Co-Narzissmus aus der Literatur und vielen, vielen Videos kennt. Tja, und das waren einmal die sieben gängigsten Formen von Narzissmus, die ich euch in diesem Video hoffentlich mal ein bisschen näher bringen und voneinander abgrenzen konnte. Man sieht, da ist tatsächlich noch sehr viel durcheinander dabei, ja, was, 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 die Fachleute sind sich noch überhaupt nicht einig. Was ist Narzissmus tatsächlich, ja, und in welche Subtypen sollte man Narzissen unterscheiden. Die Fachleute sind sich übrigens, ja, und da wird sich immer und immer wieder darüber geirrt, noch gar nicht darüber einig, wie Narzissmus überhaupt entsteht. Das ist ganz, ganz wichtig. Manche, das ist tatsächlich der überwiegende Anteil, ja, der Experten sagt, Narzissmus entsteht durch Konflikte in der Kindheit, wenn zum Beispiel das Kind durch die Eltern entwertet wird und als Schutzreaktion spaltet deswegen das Kind seine eigenen Selbstzweifel ab und übrig bleibt dann nur noch ein, ja, künstlich geschaffenes Größenselbst. Aber es gab schon immer Experten, die gesagt haben, nee, nee, so entsteht Narzissmus nicht. Narzissmus entsteht überwiegend dadurch, dass Kinder von den Eltern sogar zu sehr gelobt werden. Und da gibt es sogar neue Untersuchungen, die genau das zu bestätigen scheinen. Wenn ihr euch aber dafür interessiert, wie entsteht denn Narzissmus, was gibt es da für Theorien und wer auch diese Studie noch einmal verlinkt haben möchte, dass Kinder zu Narzissen werden, wenn sie zu sehr gelobt werden im Elternhaus, der kann sich noch einmal dieses Video hier von mir anschauen. Da habe ich genau dieses Thema gesondert behandelt. Heute bedanke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen informieren. Haltet wie immer die Ohren steif, meine Lieben. Bleibt mir hoffentlich treu und bis zum nächsten Mal.